oh gott knuffe knuffe den teddy die flauschen freunde gegen die kunststoffgruppe erzappt irgendwas für das geld das gleiche für kait das gleiche bild ja das ist der dritte bär diese woche noch einen kurzen nicht okay der wettbewerb ist stabil ich komme runter also du hast tatsächlich nur die eine waffe ich habe mir tot da kann man aus raus kann welch raus ich komme zurück hat meister wäre sehr wehgetan die wieslinge hat meister bär erledigt hm nein hm weißt der bär brauchte schutz bis der böse bär weg war komm mal kurz ich pfeff ich habe ihn zufrieden vor dem wach gesehen ja er wurde angegriffen klinge eingegrabe ich entzettet mich Was ist denn die Kölnisch-Kristin? Die Flüssen mit Haaren Meister Bär weh. Meister Bär verlor Plüsch. Die Hälfte von Meister Bärs Plüsch war weg. Meister Bär wurde angegriffen. Meister Bär hatte nicht mehr viel Kraft. Die Fieslinge griffen Meister Bär an. Attention! The Volt Detectors are not cameras. Please stop. Meister Bär war in Gefahr. Oh ja. Hurra! Doppelkäme und Haarenka. Der war hier uns eigen. Der war besiegt. Der war besiegt. Der war besiegt. So ist es. Meister Bär wurde angegriffen. Meister Bär wurde angegriffen. Meister Bär wurde verletzt. Meister Bär wurde verletzt. Meister Bär war halb im Lieber. Die Schießlinge hatten Meister Bär sehr wehgetan. Zwei Minuten oben rein. Meister Bär war erledigt. Am Ende hatten die Freunde verloren. Und Meister Bär wurde ersetzt. Zu viel Plüsch. Auf eine neue flauschige Runde. Oder was? Die Gegner wegschießen würden und sie nicht uns. Können wir auch gewinnen. Mit Geld machen. Ja. Ja, das ist die, was jetzt nicht so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Das ist die, was jetzt so gut ist. Ja. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja, das ist die, was jetzt so gut ist. Ja. 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 Das war's für heute. das wollen wir alle verdammt ich hatte wirklich weg gemessert der sack jetzt habe ich noch der jetzt auf der 7 bei mir die fieslinge tatenmeister dieser scheiß blackbeard ich weiß nicht wieso der stelle ich irgendwas überlebt die fieslinge hatten die hälfte geschafft die fieslinge griffen meister bär an meister bär wurde angegriffen meister bär hatte nicht mehr viel kraft ein bisschen konnte ich den nehmen vom schaden die fieslinge griffen meister bär an meister bär brauchte schutz bis der böse bär weg war die studie so das bist du meister bär hatte ein paar hours meister bär war verwundet die fieslinge hatten meister bär sehr wehgetan ja das ging wir kriegen nichts gebacken in dem modus weißt du eigentlich relativ witzig muss ich zugeben es ist mal was anderes nicht jetzt für dauerhaft also ein zwei mal geht das mal gesagt mal schauen ja 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 ja